Willkommen bei Honigdieb und Willkommen bei Pokemon Snap Nintendo auf den N64 Halle! Check and Beats Jo Fühlen wir euch in Fotosession hier? Was wir jetzt uns erwartet Was ist immer das? War das etwa ein Leben? Clips 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 Naja Schöner Schlamm Ein paar Füße Und weggesetzt Wie er guckt 1a Grafik Guck mal Guck mal was es erwartet Pokemon Snap 1a Grafik 2a Grafik das ist die V-Version und die gab es halt nur in Englisch keine V-Version aber auch da ist auch nicht egal bla 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 Fotos machen hier der Moped der Zero One jo bla 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 ja ja kann losgehen bla 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 dann ausrufen kurze Klärung geht los zack in die Beach auf geht's ja auf geht's boah schön detailliert auf geht's gucken mal wie geht oh ein Topsy ach man 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 58 Fotos hab ich 360 zu verschließen oh an die Hatsch hm knips knips wie ist das hier nochmal geil oh es schmeckt doch komm Kippie knips 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 wunderbar was hat er denn keine Ahnung weiter geht's oh oh noch mehr zack aus äh äh richtig gut damals äh 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 du blöde du blöde smauzi merkt dass man tot wie weiß was äh 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 mut oh oh eboli und Mh, cool. Mh, Kagame? Oh, da war ich immer was. Oh, das zofft ab. Wir haben mal die Fotos. So, meine Ahnung. Top, sie ist hier. Schön von hinten. Zwarf an. Vielleicht gibt's noch eine Entklappung da, wenn wir das Bild gleich ausführen. Machen wir mal auf sie. Oh, sie wird angegossen. Es ist kaputt. Mit Windstoß. Vielleicht verklappt. Na ja. Gut. Das war dann die erste Session. Back. Oh, das ist jetzt mal ein paar Fotos aus, wa? Die hat's dann schön. Auswertet. Ja, komm. 35 Bilder. Fangen wir an. Ja. Mh. Mh. Schönen Top, sie. Wie geht's nochmal? Das ist schön, ja. Mit das auch. Das. Oder? Hm. Komm, das nochmal. Kann man noch? Pikachu? Ja. Das. Was haben wir noch? Hallo, du. Komm, in der Mitte. Mitte so. Okay. Genau. Genau. Hm. Hm. Also nicht für der Pinderma, war das? Ja. Waren wir noch irgendwas? Über sie? Ah, ein Pinderma, genau. Hm. Hm. Alles von hinten. Ewoli. Hm. 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 Bewerten mal den. Professor Eich. Professor Ock. Yes. Ja, ja, ja. Komm. Gib Gas. Keine Zeit. Ja, unser Hauptseher. Was hat er denn? Böse. 270. Gut. Hose. 250. Hm. Technik. Oh, ist in der Mitte. Sehr gut. Doppelte Punktzahl. Und noch ein. Exakt. 50. Gut. Sehr schön. 2.90. So. September. Hat er jetzt Pikachu. Größe. 780. Äh. 480. Gut. Pose. 150. Technik. Seine Mitte. Super. Was? Okay. 250. Pose. Der macht nichts im Kick. Der macht nichts im Kick. Doppelte. Noch ein Butterfly. Ja. 2278. Good work. Dodo. Große. 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 Pose. Technik. Doppelt. Hm. One. Hm. Hm. Comment. Eboli. Große. 300. Pose. Tausend. Es macht nichts. Es läuft einfach nur ein Greif. Oder verfolgt es ein. Michael. Doppel. 2600. Agamina. Ist ja nichts für. 530. Für die Größe. Okay. 10 für die Pose Nichts gibt dafür Komm, Nauzi, Nauzi ist jetzt alles Größe, 210 Pose 30, Funny, 800 Okay Komm, ist nur ein Pokémon Nächstes in der Mitte, gut, da gut Hä, das ist doch noch eins gewesen, oder nicht Egal, komm, weiter 18.282 für sieben Pokémon Blablabla Okay, Pokémon Report Erstmal, später Erstmal geht's weiter Oder, weiter Und nochmal Beach Tunnel Okay Okay Bam Was für ein Gerät Oh, Pikachu Bang Was ist das? Ich hab's vergessen Rektorweiner Nicht, ja genau Rektorweiner 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 Er läuft zum Ball hinterher Rektorweiner Komm her Okuma Oder so Okuma Oh genau Es ist einfach tot Beide äh, ich weiß gar nicht, ob ich zuerst gucken soll wie es einfach da kaputt liegt na gut zu bald Pikachu und Ei oh, was ist das? sieht aus wie ein Lemo-Lack oh, was war da? egal, weiter geht's, oh, noch zum Beispiel ah, geht da es hat da noch das Nebo-Lack-Water des ah, geht da und 15 Fotos ok, können wir hin, können wir voll noch irgendwas hier, komm, das war's, eh, glaube ich auch wieder ich will zeigen Fotos es passiert eigentlich, wenn der Film voll ist es ist sechs oh, nach dem Kilo oh, okay, Ende okay, dann ist also vorzeitig Ende können wir denn auswählen, oder ist man dann Game Over? ne, es funktioniert gut, 16 Fotos, super, okay, klappt Pikachu oh, schlimmer hm, das ist jetzt noch ein Stiffsbruch egal mal, machen machen ok ok Elektra-Pass hm, Elektrik ja, das ist jetzt noch ein Stiffsbruch wenn wir das den Bau sammeln so weit mhm, super ich kann nur das nehmen oder es war gar kein Nebo-Lack 2 Meter dann halt also ein Apollo es ist ein Apollo gewesen oh, wunderbar schön in der Mitte groß wie immer hm was hat schon ja bewerten alles klar weiter geht's bewertung Professor Oak Elektra-Wall 1000 Größe, okay das ist aber richtig zu groß Pose 500 Technik ist in der Mitte? ja 3000 wow ok, das ist gut hm 53 das ist in der Mitte 57 Double Höch, okay Zubart Größe 530 Größe 57 man sieht ihn fast nicht ne, das ist nicht in der Mitte ja ja das muss jetzt kommen das muss jetzt raus war 94 nur ein Apollo 1000 Pose wir sehen Mittel, ja Doppel es kommt nichts drin war knapp was haben wir da? 2 2 2 2 2 2 und ich hab nicht mehr recht oh man Pikachu ok vergleichsfoto 3 3 57 gleich Technik ok ist nicht besser das ist nichts gewesen das ist nichts gewesen ok 23.030 ja gut besser als gerade ne? wunderbar ich glaub das war's jetzt auch wieder für heute in diesem Sinne ja ja speichern wir den ganzen nachts bis zum nächsten Mal ah ja und ich geb wenn nicht mehr das ist bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal w